Hier liegt nicht eine gute Waffe, außer jede Menge 9mm Munition. Spucken ist auch ein ekliges Wort, sag ich. Ja. 5 Energy Drinks. Was? Obwohl, 4 hab ich jetzt auch. So ein bisschen heavy. Ist doch gut. Können wir ne Runde schmeißen nachher. Richtig. Sorry ey, das... Was? Jetzt seid nicht fürs Husten. Nein, nein. Ich kenn's gar nicht mithalten. Jetzt hab ich 5 Energy Drinks und noch 2 mal Schmerzmittel. Ja, nice. Und ne Ska. Endlich. Wie ne Ska? Ich hab ne Ska gefunden. Wie? Ich hab ne Ska gefunden. Ach so. So mit Peng Peng und Puff Puff. Boah, ich hab mich vorhin schon wieder geärgert. Wo du keines gar gefunden hast. Alleiner Runde. Ach so. Ja. Ich geh in ein Haus. Sieht alles noch clear aus. Unten erstmal schön noch voll geheilt. Lauf hoch. Peng Peng. Ich dachte, sag mal, was ist denn mit mir los? Ich guck eigentlich immer in jedem Haus. Guck mal ganz vorsichtig. Ja, außer am Anfang. Ja, ja. Ich hab ne voll equipte UMP. Okay. Ich hab ein voll equiptes... Brechstange was? Voll equipte Brechstange, ja genau. Äh, voll equipte... Äh... Ska. Nicht dein Ernst? Mhm. Das einzige, was mir fehlt, wäre ein geiler Schalldämpfer. Weißt du, so ein geiler. Ne. Statt einer Bindungsfahrerbremse. Bindungsfahrerbremse. Mhm. Aber das ist mir anscheinend nicht gewährt worden. Irgendwo ist hier doch der Typ. Also er ist ja zu dir hingelaufen, oder? Nein, aber hier in der Stadt. Ja, meinst du der... Der sagt hallo dann gleich, oder was? Vielleicht. Hallo. Ich bin's, der Peter. Und ich bin die Anneliese. Das... Würde ich nicht so laut sagen. Also. Kommt nur auf falsche Gedanken. Ja, hast recht. Ich hab noch einen Zweierhelm. Mh, hab ich schon. Hab noch eine Zweierweste. Hab ich auch schon. Was? Ne, den hab ich noch nicht. Sechs Energy. Hm. Sieben Energy. Und Schüsse. Warte. Hier. Vor mir auf der Straße. Kämpfer geben die anderen anlass, ne? Fuck. Die sneaken wir weg. Zwei Leute. Zwei. Warte, warte, warte. Direkt vor mir zwei Leute. Ah, gegenüber. Ja, sehe. Die kämpfen gegen irgendjemand anders. Wollen wir uns... Oh, fuck. Ich komm hier nicht vorbei. Wollen wir uns die von hinten holen? Ich hab den einen geradeaus in den Augen verloren. Ah, der guckt gegenüber hin. Siehst du das? Ja. In einer Hausecke. Direkt bei der Garage an der Hausecke. Ja, genau. Und einer ist hier vor mir im Haus noch irgendwo. Okay. Ich weiß nicht, ob er gesehen hat, woher. Er hat nur zwei harte Hits gekriegt von mir. Ich sehe den anderen nicht mehr. Er ist bei dem Wohnwagen hochgelaufen. Hm. Ey. Ja, wollen wir vorgehen? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, woher hin ist. Das ist mein Problem gerade. Ne, da bin ich jetzt vorsichtig. Solange ich nicht weiß, wo die sind... Hm. Dann gehen wir wieder zurück, ne? Ja. Gehen wir lieber einen Stück zurück. Wir sind auch noch nicht so ick. Ich glaub, Hits auf mich, aber... Bin mir nicht sicher. Ja. In einem Haus... In dem Haus mit der Antenne offen. Mit der Schüssel aufm Dach. Hinter dem Wohnwagen. Ja. Da hab ich ihn gerade im Fenster gesehen. Soll ich ihn mal nervös machen? Oh, die Fenster zerschossen. Ich geh weg von der Position hier. Das Problem ist, hier sind auch nur... Oh, mit dem Weg. Hm. Muss mal kurz ein Wohnwagen nehmen. Ein was? Ein Bonbon. Aha, ein Bonbon. Sehen tue ich gar nichts, leider. Ne. Oh, richtig gut. Ich hab's halt einfach gefunden. Finde ich gar. Nice. Gut. Ich guck mal auch wieder runter. Hm. Toll, jetzt hat jede Waffe von mir einen Schalldämpfer. Wie? Meine Uzi, meine Ska und meine Pistole. Was? Ja, okay. Ich brauch jetzt auch dringend so ne Waffe. Weil ich hab keinen Platz mehr. Hm. Kann man auch nicht um die Häuser rum gucken, ey. Wir sind aber gut in der Zone. Ja, wir sind gut in der Zone. Die Frage ist nur, suchen die uns oder? Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Weil wir laufen jetzt eigentlich in die Gegensitze Richtung von denen, ne? Mhm. Wir sind von hier gekommen. Ist das noch ein Schalter für Handfeuerwaffe? Guck mal. Guck mal. Guck mal. also ich glaube nicht dass hier zu wollen wir noch mal die großen häuser links von uns da müssen wir aufpassen die zone ist jetzt weg von uns nächste zone meine ich frage ist vollgas geben und weg von hier oder weiter loben leider unseren prinzipien eigentlich erfolgs weg aber weil sie müssen jetzt auch wieder raus aus der stadt ja ja auch hier nicht nur am 16 die nämlich mal da habe ich noch ein bisschen muni haben was also hier lag ja auch nur 30 schuss 777 60 schuss hast du noch visiere oder so nix also theoretisch müssen sie ja hier lenkt kommen naja wenn sie die frage ist jetzt wo sie lang fahren ob sie jetzt in der hauptstraße lang oder oben lang ich gucke jetzt an der hauptstraße ich stehe zur not auf dem motorrad haus wurde gelootet ja hier ist der einzeltyp doch runter gekommen und straße sehe ich nichts wir haben hier ein motorrad lass uns das motorrad nehmen und das kann ich auch sagen ich spreng mir jetzt so ins auge dann kannst du mal oben links hoch links hoch links hoch und da oben am felsen oder an häusern anhalten ich konnte nicht absteigen gerade das hatte absteigen nicht möglich ist einfach mit umgefallen so wollen wir uns hier ist noch ein kompressor ja jetzt bleiben ist irgendwie scheiße ne ich meine die die auf uns geschossen haben wollen wir uns hier holen oder ja ich gucke mich noch mal voll ja das ist eine gute idee die frage ist wo die uns beschossen haben ne meiner meinung nach weiter weg naja war wahrscheinlich auch so ich weiß nicht wir können aber auch war die schüssel hier gerade ja aus der richtung wo ich jetzt lang laufe Plusseite, glaube ich unten Nur von da Ich glaube bei der Brücke unten Sehen tue ich sie nicht an der Brücke Bist du was, ne? Ne, immer noch auf der anderen Seite, glaube ich Wir müssen dennoch schon wieder gleich weiter Unten steht ein Boat Na, das steht ja immer Dann komm, lass zurücklaufen Ruf den Berg wieder auf Motorrad Und weiter Ja Oder zu Fuß Ah, können wir auch Das Make-Goal Vier mal Sucher wäre noch geil gewesen Das sind deine Schritte Vor uns nochmal luken Hm, ich beobachte Umgebung Guck mal Ob du noch was interessantes findest Und zweimal Sucher für dich Habe ich schon Okay Sonst nix Okay Hier drüben ist bis jetzt auch noch nichts In dem Haus Doch eine Scar ist hier noch Weil du so eine Zweitwaffe willst Ne Nicht, gut, dann nehme ich die Muni davon Scar-Muni liegt unten auch noch Das ist Fünfer, ne? Das weißt du Ja Aber gut Ich habe eigentlich ganz gut Nun, ne Eigentlich Bist du da gerade reingegangen? Mhm Okay, lass weiter Jo Ey, sieben Kills Das finde ich echt heftig Mhm Machen aber alles Pistol Kills Und also keine Weil sie sehr nah Wow, 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 wow Ja, der Schalli von Nein, komm hierher Komm hierher Hier Genau auf der anderen Seite Hinten Direkt geradezu Siehst du ihn? Ja Okay Der andere steht da am Hang Beide laufen sie Hinter Baum, ne? Ja, habe ich gesehen Er muss jetzt kommen Ja Wir müssen beide Er wirft eine Granate Ja Ich habe ihn ausgenockt Komm Oh fuck Hier hinter dem Baum sind wir noch sicher Großer, hast du den anderen gesehen? Nein Ah, er läuft links Links? Hat er sehen, ja Ja, sauber Ich habe ihn gekriegt Ja, guck mal nach Ob da noch was interessantes ist Ich denke an die Zone Du bist schon angehittet Lieber noch ein Booster Oder so So, jetzt komm Lauf, 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 lauf Am Berg werden die hart gehittet Die Jungs Die gerade mit dem Jeep da hingefahren sind Alter Ich schaffe es glaube ich nicht Glück Mit Glück Mit Glück Mit Glück Alter Bin drin, ne? War zu eben Hast du noch? Ja, ich habe Ich pushe mich hoch gerade Ach du Scheiße Ey, das war knapp eben Ja, das war knapp Ich habe nämlich nichts mehr Ich gehe jetzt hier durch die Gegend Weil ich weiß, wo die Schüsse hergekommen sind Auf die Jungs vom Jeep Ich komme mal langsam zu dir Beispielsweise nicht langsam Ich muss laufen Hilft nix Warte, ich droppe dir Drei Energies Das ist nice Danke Hast du noch Verbandszeug? Nein Dann droppe ich dir noch Verbände Und Den auch noch Danke dir Den viermal sucher Hast du den? Äh, ja Gut Lass mal den Hügel hoch Ja Beispielsweise von der Rückseite gucken Ja Zwölf Leute Oh nice, okay Wir müssen zu den Bäumen rechts Oh da vorne Direkt Close sind welche Am Daumen Direkt wo ich zu laufe Ist einer Ja Da waren es nur noch 8 Schüsse close Irgendwo Granate Höre ich Ja, meine Achso Ich bin ausgenockt Ja Ich werde gefinished Ich weiß nicht von wo Fuck Ja, ich habe gerade noch Granate gezückt Scheiße Was? Das war deine? Warum? Weil ich werfen wollte In dem Moment wurde ich ausgenockt Wohin? So ein Baum hoch Glauben Nein Scheiße Nein Oh, das wäre so gut geworden Ach Ich werde versuchen Auf den drei Häusern Mit einem weißen Dach da Mhm Und dann beide auf einem Dach zu landen Okay Welches nimmst du? Ich denke mal das erste Achso Von welcher Seite? Links Da Okay Ich versuche Ich bin im Ladeanflug Ich bin Voll da Hallo So Die sind aber alle woanders Ja, die sind Die sind glaube ich An der Küste geflogen Oh Gut los Drei Rucksack Kein losgehen Warum landest du auch hier? Fick dich Gut Ist dein Haus Ich habe drei Häusern Ihr habt mein Haus Welcome to my house Ich schwöre dir Ich bin jetzt im eklaren Haus Ich finde nichts Wahrscheinlich Aber Sei beruhigt Ich habe bis jetzt auch Nur ein paar Verbandspäckchen Und ein Äh Du hast drei Häusern Das ist alles was man braucht Ja alles Ich sprügel dir einfach damit tot Der ist so dick Da kommt nicht mal eine Kugel durch Das wäre natürlich Sehr fortschriftlich Das ist ein Kevlar Rucksack Genau Ja Was die Runde ist schon Es war doch schon gefühlt eine Minute in Gang Und jetzt ist erst der erste gestorben Ich wollte gerade sagen Ein bisschen Spät Hattet ihr alle keine Lust? Hast du recht Das kenne ich auch noch nicht so Ich habe gerade eine gepanzerte Jacke gefunden Stimmt da Gepanzerte Jacke Bringt aber nichts oder was? Nein das sind die Das sind die Jacken Die so Flicken dran haben Die heißen ja Panzerjacken Warum auch immer Weiß ich keine Ahnung Früher nannte man sowas mal Second Hand Nee einfach nur ungewaschen Nein Kind Oh oh Schöße Schöße Habe ich Schöße gehört Einen So kurz vereinzelt Mit einer Pistole glaube ich Auf dich? Nee ich habe ihn gehört Nur Mehr nicht Problem ist Ich habe noch nicht eine Waffe Da liegt noch nicht mal eine Pistol Oh Ich nehme alles zurück Ich habe ihn am 16 gefunden Na komm schon Okay haus durch Du bist zu dem da gelaufen Gut dann laufe ich zum ersten In der Reihe meine ich Komm da mal mit rein Iiii Okay Ich nehme linke Seite Ich bin eh mehr rechts Das kommentiere ich nicht Jetzt muss ich wieder Sachen rausschneiden Falls es eine gute Runde wird Nein also Auf der rechten Seite finde ich immer mehr Weißt du Jetzt bist du rechts Ach nee Entschuldigung War ein Lied Ein M4 Hier liegt noch eine M16 Falls du noch Interesse hast Und noch ein abgewinkelter Ja die sollten dringend was am Loot balancing machen Wieso? Ja immer wenn ich gegen Gegner spiele Haben sie ein Level 3 Helm Level 3 Weste Schallis bisschen geht nicht mehr Und dann Spielen wir Und ich finde nie was Achso Ja Ich brauche so ein Benzinkanisser Schüsse Schüsse Voll spät Musst du dir mal die Ohren waschen Oder 5 Butter 5 Ja Butter 5 An Langer Strohharm 3 Hier Chaos Chili Pimmel Hä? 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 Red Dot Red Dot Red Dot Bitte komm Red Dot Fragt hier ist die Tür auf Ähm Ich weiß nicht ob ich dich gerade höre Oder Ich glaube Achso ich höre dich Wo war die Tür auf? Hier im Haus vor uns Also hier in dem Großen Ja Okay Davor auch Hier hinten nicht So jetzt habe ich eine 8 Masura Sehr klasse Wir sind sogar noch in der Kurzone So eine Scheiße Und wie geht es zur Lunge? Ganz gut Ich glaube das kannst du eh nicht als Aufnahme verwenden Ich höre mich hier ran Das ist mir doch scheiße Ich höre mir doch genauso komisch an Das ist doch situationsbedingte Da muss man doch Einsicht zeigen Und wie das heißt Na Mittagessen schon wieder oben Ich habe irgendwelche ganz komische Geräusche die ich immer höre Das bin ich Achso Ach das erklärt einiges Einfache mal suchen Würde ich gerne nehmen Dann brauche ich nicht mit dem 8 Masura rumlaufen Achso SKS Dann nimm lieber die SKS mit dem 8 Masura Oder nimmst du den 4 Masura Naja das ist die Du kannst ja abgeben was du willst Musst du auch nichts abgeben Sagst du gehst mir den 8 Masura Ich geh den 4 Masura Ja Das ist ja aufdringlich von dir Komm einfach bitte mal her Ich will nicht so viel Ähm Okay warte Ich muss mal eben noch kurz hier Die Ecke zu Ende machen Aber kontrollieren Dass ich nicht irgendwelche Scheiße hier vergesse Irgendwas wichtiges Aber hier ist nichts wichtiges Was ich will einmal die Situation erleben Wo eine 3er West und 3er Helm in einem Raum spawnen Das müssen anscheinend ja viele haben Das Phänomen Ja So wo musst du Da bist du Zweiter Stock War Komm her Baby Hallo Da ist er Da ist er Ne halt den will ich nicht Den will ich Hier ist auch nur Red Dot Falls du willst Ne Äh Raus? Äh Wo ist raus? Und worauf ist nun bin ich drinnen? Fuck Ich häng eben in der Tür fest Keine Sorge Ich hätte dich erschossen und wiederbelebt Moment Jetzt habe ich mich gerade erschrocken Ich habe gerade den Sound von dieser Von dieser Schweißfliege Oder was es hier gibt Gehabt Dieses Weißt du? Mh Verjagt Ein bisschen Ne Doch ein bisschen Nicht viel Aber ein bisschen Mh Ach so gut die Runde eben war Mit Zusatz Stuff Ne Aber Hier ist noch eine 2er Weißt du? Habe ich Ja Drei Rucksack immer noch mal Mh Kann ich gebrauchen Oberst Oberster Stock Ganz hindurch Dreh mal vorbei Chef Ich bewache ein bisschen die Nachbarschaft Mh Oben Oben sagst du? Ganz oben Ganz hinten durch Im Badezimmer glaube ich war das Thank you Sieht frei aus Sprache Sprache Aber sowas von Aber sowas von du Der Anstrich gefällt mir auch nicht Hier ist noch ein 2er Helm Hast du schon Sagst du so Mh Gut Merken 2er haben wir 2er haben wir alles Ist noch eine M16 Noch eine Also warum brauche ich jetzt echt keine außer eine Carg Okay Da kann ich leider noch nicht mit dienen Ne ne Wenn du eine Carg Ich laufe zu der Garage Zu dem Garagenhäuschen Mh Wo unser letzter Untergang war War das hier? Ne das war nicht hier Sag doch Nein das war ein anderer Das war gegenüber der Wasserstadt war das Achso das kann Achja das kann sein Hast du recht Irgendwo Schüsse? Auf dich? Ne Irgendwo Schüsse Wo genau Weiß ich noch nicht Und der Tag ist gerade In der Fahne Dann mach ich mir ein Ei Gleich Wollte ich gerade sagen Der Spiegelagriso fertig Ich sniper jetzt vom Dach Du snipers vom Dach? Mh Bist ein richtiger Schneepauer Mh Hot Hot Am hot Ist So Achja Motorrad auf 165 Unbenutzt Guck mal Guck mal was ich geschafft hab Hier erwartet mich keiner Nein Nein Nicht schlecht Und jetzt kommst du noch aufs nächste Dach Ne ich muss wieder runter Dings die Gefährlichkeit Hier ist noch ein Dreier Rucksack Ja genau Hast du schon erkannt? Ah ich seh da zwei Wo? Auf dem Gelände Auf dem Gelände Großgelände Ganz weit weg Die kannst du nicht sehen Also in der Stadt 240 240 Direkt 240 Hinter den Containern Hinter den Containern? Hinter den Fässern Okay Wir müssen über deine Ortsangaben sprechen Direkt 240 sag ich Ja gut Von deiner Position aus Richtig So 240 war eben bei mir Mitten in der Stadt Als wo ich stand 240 Rechts neben dem Baum Hinter den Steinen 2 Stück Hinter den Rechts neben dem Baum Hinter den Steinen Wir schießen zurück Ich weiß aber noch nicht mehr von wo Oh fuck Wir müssen runter hier Runter runter Die sind gut equipped Ich hab einen hart gehittet Ja ich auch Ich hab auch zweimal gehittet Aber Wenn die ne Kark haben Und ach mal super Dann Also zufällig noch Energies Ähm Ja einen kann ich abgeben Liegt hier unten Pass auf Oh alter Der war eng Ist egal Bei denen kommt die Zone Na komm lass nach hinten raus Und gut Scheiß auf die Ja Sind jetzt im Fluss unten Wir können auch zum Fluss Hinten und sie holen Ja Machen wir Nehmt nein Machen müssen wir nicht Ne hab ich auch Bock drauf Ja dann aber jetzt schnell Sonst sind sie aus dem Wasser raus Und sind wir vom Arsch Für den Arsch Welchen Fluss sind die denn bitte Wo denn? Äh noch dahinter glaube ich Ach du Das sieht mir nicht so Ja die haben Boot Die haben Boot Und fahren Fuck Wo waren denn die lang Hä? Wo sind die Fluss? Die fahren nicht durch den Fluss Ne die sind schon wieder am Land Echt? Ach da hinten sind sie denn hoch Okay dann lass hier weg Bist du Bist du auf die andere Seite? Ja Oh Vogel Warum musst du dann auf die andere Seite? Ich Komm wieder rüber Ich dachte eigentlich Wir holen sie uns Ja aber doch nicht Da brauchen wir doch nicht Auf die andere Seite gehen Die müssen doch zu uns Egal wie Ja recht hast du Da ist ein Motorrad auf der Straße Was merkwürdig was ich hier her fährt Das außer zum rauszufahren Okay War nur ein Versuch Ähm Ja Wieder zu lange aufgehalten Ja drüben steht auch noch ein Motorrad Oder nicht? Wo? Ne Ja gut Okay Dann jetzt spriet alle Und stopp Perfekt auf den Kider Spielplatz Ich stelle dir Irgendein Haus rein Natürlich hier zwei verschiedene Und natürlich auch noch Zwei Airdrops direkt am Strand Mhm Zu nem einen Airdrop Läuft irgendwie keiner hin Doch einer läuft da hin Pass bitte auf Ja 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 Also einer Einer läuft von Westen Hier in die Stadt rein Gerade Hier in die Stadt Sind wir noch in der Zone? Ja Oh Stadtkampf Scheiße Mhm Mhm Ja Ja alles gut naja ich ruhig es ist stadt müssen wir ruhig sein hilft alles nix schießt du ja auf was zwei personen die wo sind die du nicht sehen kannst wo 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 spaces Okay Erster Da war er ausgenockt Im Suit Getötet Ja hinterm Baum ist noch jemand Äh 285 Sicher dass er da immer noch ist? Ja direkt dahinter Mit einer Baumkrone wie eine Zwille Ah okay da mhm also noch in der Zone Ja Okay Ah sehen Ich kann ihn nicht treffen Ich seh sein Gewehr Seinen Rücken Du siehst ihn jetzt? Hinterm Stein ist er jetzt Jetzt läuft er in die Stadt Hinter den Hinter den Brettern Ja Oder hinter dem Verschlag Weißt du was ich mein? Ja Okay Aber ich seh ihn nicht Ja Oh fuck wir müssen Wir müssen jetzt Ja Ja aber auch Was? Oh Ich hab's nicht mehr ganz geschafft Achso Schafft er das noch in die Zone siehst du ihn? Nee ne? Er hat's doch geschafft ja In die Zone? Ja Du musst ja bei mir irgendwo close sein hier Ja genau Hinter dir Warte warte Link Ich seh nichts so viel Da ist er Da Links ganz links Jetzt links von dir Da ist er hingelaufen Da ist er hin? Ja Ja Okay Du hörst ihn? Nee Ich brauch Steps Wander Das war meine Nein Im Haus waren Steps Ja Okay Schlechte Schutze ever Gildig Ach verdackt Schade Gutes Teamplay aber eigentlich Mhm War ganz okay Halt ein Kill nur Aber ja Ach naja Wieder Fünfter Schade Wieder Fünfter Genau